Wir werden in Kürze starten können. Ich bitte Sie, Ihr Handgepäck gut zu verstauen und sich während des Starts anzuschnallen. Miss, kann ich vor dem Start noch einen doppelten Scotch haben? Das geht leider nicht, Sir. Sollten Sie in Ihrem Zustand denn überhaupt fliegen? Ich will mein Baby zu Hause bekommen. Der Doktor hat es erlaubt, solange es nicht zu holprig wird. Dann sag ich dem Käpt'n mal, er soll auf die Berge aufpassen. Ich hole einen bequemeren Sicherheitsgurt. Tragen Sie ein Kind in sich? Ich hoffe, das ist ein Kind.